Dass wir mit Eigenkreation so viele Menschen erreichen und so viele positive Erfahrungen sammeln, hätte ich mir vor einiger Zeit nicht vorstellen können. Ein YouTube-Kanal mit Do-It-Yourself-Anleitungen. Heute zeige ich euch, wie man einen Matratzenstich oder unsichtbaren Stich und mit Let's Plays zu verbinden, ist wohl nicht gerade das Übliche, was man so kennt. Hallihallo meine Damen und Herren, wir sind nach etlichen Jahrzehnten wieder zurück. Hallihallo meine Damen und Herren, nun sind wir wieder zurück. Aber es ist für mich die einfachste Art, mit meiner Familie gemeinsam etwas zu bewegen. Ich werde oft gefragt, warum ich die Videos mache. Warum ich auf YouTube so viel Zeit und Energie investiere. Um ehrlich zu sein, ist das recht einfach erklärt. Um Menschen zu unterstützen, ihnen zu helfen und auch um vielen ein Lächeln zu zaubern. Plans vs. Zombie. Ja genau, so war es. Ja richtig. Ich glaube die zweite Version. Ich spiele heute mit dem lieben Daniel. Ja, hi. So ganz alleine ist es nämlich nicht so spaßig. Und wir können das Spiel glaube ich auch im Splitscreen zocken. Und ähm, da habe ich nämlich extra sie zu unterhalten und auch zum Lachen zu bringen. Hi! Ich habe eine Ohre, die müsste Batterie gewechselt werden. Tausende von Blättern. Oh! Alter, das hat mir voll abgezogen. Du Sack geht's noch? Du Idiot. Vor allem, warum zum Fick habe ich jetzt eine Maus drin? Oh, jetzt geht's wieder. Mein Weg ist noch weit und habe noch so viel vor mir. Aber mit eurer ganzen Unterstützung sehe ich, dass ich auf eine wunderbare Zukunft blicken kann. Mir hat mal jemand gesagt, dass ich nicht jedem Menschen helfen kann. Aber mal ehrlich, das sollte mich nicht davon abbringen, es zu versuchen. Und passiert mir etwas, das soll nicht sein und wäre es zu restaurer. Die Mühle ist wieder geliechtet. Unterlieferter Das deutsche Rundfj um sein Barsam zu Scheune.